hallo ich habe eine kleine ankündigung und zwar kommenden dienstag am 20 vierten um 20 30 bin ich als gast zusammen mit dem jürgen moosgraber den ihr vom driven by moss skript kennt im sequencer talk also wir beide sind zusammen als gast im sequencer talk von sequencer de der talk wird vom modulator und dien freud ausgerichtet und an dem abend sprechen wir über dhws also bitwig ableton cubase logic zusammen mit dem chat gucken wir uns die ganzen programme an und klären uns gegenseitig darüber auf was welches programm kann und für wen das eigentlich vielleicht ganz gut ist würde mich freuen wenn ihr lust und zeit hättet dort vorbeizukommen vorbeizuschauen mitzuchatten fragen zu stellen und einfach einen schönen abend zu haben und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare zeit habt ein wunderbares wochenende bis dann ciao ciao bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020